Hallo und herzlich Willkommen in GOAT Simulator. Im ersten Teil... Ich habe ein bisschen gespielt... So, naja, was soll ich sagen? Bisschen... Ich habe ein bisschen ja schon etwas gemacht. Aber wir lassen uns hier eigentlich nicht davon nerven. Wir machen auch ein bisschen Star Wars Action, wenn ihr das wollt. Schön. Also spielen wir erstmal mit GOAT Simulator GOAT VIRLE. Also es wird ultra-lustig. Leider kann ich nicht, da ich spiele, weil ich habe keine PS5. Ist nicht wichtig. Ehrlich, mag ich den ersten Teil auch gut. Das ist witzig, lustig, mehr Spieler... Man kann noch mehr spielen. Ja. Man kann einfach angetragen. Eine Menge mehr. Was ich gesagt habe, der ganze Armee. In dieser Folge versuchen wir dieses Auto zu stopfen. Äh stopfen! Äh stoppen! Was sag ich hier? Komm ich hier mal hoch? Oh, ich bin einfach nicht so schlau. das ist ja nicht so schlau. Jaaa... die war... die war... die war... die war... die war... die war... so... die war... die war... Wird das hin? Noch hier? Nein, die Klaffel. Plaketen-Rock-Sack. Zündet sich auch mit Reiche. Zebenkönigin. Blaue Striebe. Na Ziene. Doppelsprung. Wir ab-bohr. Es tut ja doch die Hände, um! Ein... Sieg ja nun... Na ja noch so was... Feuerwehr... Oh mein Gott, waaah... Pff... Ah... Au... Ah... Also heute wird es viele Blödsinn gegeben! Öh... Dicht und viel! Oder meine Goldstock... Öh... Öh... Äh... Oh... Übrigens die Satansieger habe ich schon! Also die Teufelsieger! Hier sollte man fünf Menschen hinbringen und dann hat man da schon freigeschaltet! Daher auch die fünf! Aber... Leute, das sollte eine 6 schließen! Ich würde es mal als Fehler gelten! Aber natürlich ist es ein Unlogel! Auch ein verrücktes Spiel, was eigentlich keine Loti hat! Also... Lass uns gehen! Tische... Ah... 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 Ich sag mehr als wir gar Gutes machen! Äh... So... Zurück zum Auto! Oh, da ist mal die Trophäe. Leute? Was? Ist hier los. Man kann einfach hier stehen. Hä? Man kann hier durchgehen? Na gut. Es ist ja auch Deko. Aber... Hä? Wie cool! Hui! Ich wusste nicht, dass man... Daher... Daher sei. Äh... Das war ich nicht. Gut, ich war's doch. Äh... Ja... Statt einfach das Wort... Goat... Also Ziege... ...vertringen. Hm... Aber ich weiß nicht, wie wir das Auto aufrollen können. Ich könnte es nur einmal ziehen. So... Hier... An... Aber... ...gefühlt jetzt... ...un... ...hier... 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 h h wie warte das hätte ich drüber gesehen genau, das ist super oder wie dachte ich jetzt, dass ich das kenne hm hm aber immer das findet man irgendwo und es gab es doch mehrere Teile das macht eine Axt da lebensgefährlich aber es doch nicht hm ist der anbauen ah hier hab dich jetzt mal auf den Boden lecktes nicht, werde ich im Tisch nicht essen hä so so ok sehr krass aber wusstest du hier, dass man da oben hin kann? ich wusste das eigentlich nicht bis jetzt so, betreten wir die Burg der Ziegen weil wissen, ich hab schon die Ziegenkönigin freigeschaltet die zeige ich euch heute ары hier dann ist der Fran dann hat man schon die Ziegenkönigin Wenn ich hier echt kucke, komm, bauern wir runter. Ok, ich geh als kleine Gegensteine aufspielen, einfach nur Deko. Wann eigentlich? Ich... Selbst diesen schlauer als die Ziegel hier. Was ist mit dir falsch? Ich bin so Dinosaurier noch. Ich bin so Dinosaurier. 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 Also... Ich bin so Dinosaurier. weil ich aus Versehen reingegangen bin und die Ziegen waren OP. Besser gesagt, das war eine Arena und wir sind die Gladiatoren. Wo gehst du weg? Wo war das da mit diesen... Hey, hier! Wo war das denn hier aus? Hau ab! So! Und das ist clever. Komplett zu denken. Ich mach was, was du willst, aber ich mach auch, was ich will. Ich glaube, die Leute sind von ihren Positionen. Wo die warten. Hey, hey, hey! Okay. Hey! Keiner hat einstreng. Weil da auch keiner mehr ist. Jetzt ist die Publikation. Was? 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 Hä? Die Waffe nicht ziehen? Du fährst. Sagen wir so, das war ein Fehler vom Spiel. Ich war ein Fahrrad auf dem Dach. Können Sie das bestätigen? Oh, eine Axt? Ich hatte eine Axt. Oh! Ich weiß ja nicht. Wo ist jetzt hin? Nein! Okay, sagen wir mal so, die ist einfach weg. Ich geh mal auf diesen Weg an. Also, mein Geburtstag gestern, naja. Also, mein Geburtstag gestern, naja. Also, jetzt ist nicht der Beste. Ich darf nur einige Probleme. Also, ich hoffe, ihr habt jetzt das Gute zum Geburtstag. Also, gesagt, so, hey. Ich kann ja mal wieder nicht mehr rein. Egal. Die sind immer der 10-Statue. Wofür bin ich hier hin? Hier hin? Oh, der... Sagt mir nicht. Ach, gut. Man kann ja auch nicht hin. Puh. Puh! Puh! Ja, komm, du. Ich kann ja nicht durch, durch. Du bist sehr ohne, nein. Ah, sehr gut, das ist unser Spiel. Da kann also... Dann hat er keiner runter. Dann muss nur mit den Vordrteilen runter kommen. Was ist das, Neuer? Okay, ich fühle mich über das Setz. Ui! Ja, und Leutschreich kommt eben, wenn man die 10 Königin verjagert. Es wird echt viel Spaß. Und in der nächsten Folge werden wir jetzt mehr erfahren, hier, auf dieser Map oder von der Map. Weil ich beende erstmal diese Folge hier. Ja, weil die 10 Königin hat jetzt nicht mehr gesehen, oder? Ja, also ich beende diese Folge jetzt. Dann tüms!